Was machen wir heute? Wir machen heute eine schöne 4 x 2,5 Kilometer Crossintervalle. So 10.30 ist angepeilt. Mal schauen, was wird mit der Karten. Aber es wird wahrscheinlich spannend. Heute Kurs E1 ohne unseren Lieblingstrainer Janko und danach dann noch ein Spiel mit Alex. Mal schauen. Mal schauen. So, jetzt aber. Wo sind wir hier gerade, Johannes? Wir sind hier in Unterwiesenthal. In deiner Heimatstadt. Wir haben jetzt schon 6,04 Kilometer geschafft. In 33 Minuten. Entspanntes Tempo heute. Und das ist die Vorbereitung fürs Spiel. Also der wichtige Teil kommt dann noch. Mal schauen. 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 Mal schauen.